Wir müssen unsere Gesellschaft an diesen Ort bringen, wo der Geist das Natürliche regiert. Damit wir eine prophetische Gemeinde sein können oder prophetische Gemeinden sein können, müssen wir erst prophetische Einzelpersonen sein. Der Mann mit dem blauen Hut. Ich habe ein Wort für dich. Der Herr sagt, die Suche ist vorbei. Ich sah die Herrlichkeit des Herrn über dir. Und der Herr sagt, er wird dir eine Gabe der Auslegung und des Verständnisses geben für prophetische Träume. Er hat das in der Vergangenheit schon mal getan, aber wird es nochmal neu machen. Aber heute Nacht sehe ich, wie Gott dein Gebetsleben zunehmen lässt. Wie er dich in eine neue Dimension des Gebets bringt. So wie du es noch nie gesehen hast. Einen neuen Hunger zu entfachen. Und ich sehe auch, wie dein Dienst auf eine neue Ebene geht. Und deswegen sagt Gott, die Suche ist vorbei. Weil er wird dich erheben auf eine neue Ebene. Und ich höre den Herrn sagen, das Opfer, das du gebracht hast, um hier sein zu können, das ist nicht möglich, dass dafür kein Lohn kommt.